Willkommen bei der kreativen Männerküche. Wir machen heute mal was anderes. Wir machen heute mediterrane Grillschnecken, Zupfbrot, so in die Richtung auf jeden Fall. Ist eine Eigenkreation und die möchten wir heute fertig machen. Ich zeige euch das alles und die gehen dann mit zum Thomas. Ich hoffe, der Thomas freut sich darüber. Sein Herz aller Liebste hat sich das gewünscht von mir und ihr Wunsch ist mir natürlich Befehl. Das ist klar. Okay, dann lasst uns mal anfangen. So, das ist meine mediterrane Kräuterbutter. Da ist drin Basilikum, Oregano, Thymian, Olivenöl und Knoblauch. Das ist erst aufgeschlagen miteinander und dann 250 Gramm Butter mit rein. Das ist unsere Füllung für das Grillzupfbrot. Und jetzt werden wir uns dann mal an den Hefeteig ran machen. Das Rezept kennt ihr ja. Das ist wie immer 500 Gramm Dinkelmehl, 10 Gramm Salz, 10 Gramm Backmalz, einmal Trockenhefe, einmal Frischhefe, 250 bis 300 Milliliter Wasser. Und die kriegen dann diese mediterrane Füllung und Käse oben drauf. Das ist bestimmt ein Hammererlebnis. Das wollen wir dann auf dem Grill nochmal nachgrillen. Deswegen mache ich die heute fertig. Die kriegen dann morgen so einen richtig geilen Grillgeschmack noch, Grillaromen. Und dadurch wird das nochmal schön lecker knusprig und gibt nochmal zusätzlich, würde ich sagen, das kleine Quäntchen oben drauf. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und dann werden wir es backen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017